So, willkommen zurück zu Sea of Billions. Wir hatten diese Karte in der letzten Folge, glaube, verloren. Da wurden wir hier komplett überrannt. Okay, kein Problem. Wir starten einfach nochmal. Wird wohl wieder einige Folgen dauern. Naja. Gönnen wir nichts für. Wir müssen da durch. So, direkt zwei Kassianen in den Wind geschrieben. Scheiße. Was mache ich denn hier? Mann, bin ich blöd. Oh, okay. Das war scheiße. Ähm, ja. Ah, wie blöd. Wie blöd. Gott. Ja, überrennt mich. Oh, du. Heilige Scheiße. Das ist einfach zu schaffen. Deshalb, wir bleiben hier weiterhin auf Schwierigkeitsgrad normal. Starten nochmal. Oh Gott. Oh Gott. Bin ich blöd. So, jetzt. Ein wenig Konzentration. Pause. Du gehst da hoch. Du gehst da hoch. Du gehst da hoch. Wir bauen. Eins, zwei, drei. Zelte. Du gehst da hin. Du gehst erstmal da hin. Du gehst da hin. Du gehst da hin. Du gehst da hin. So, kurz Pause. Du pendelst dort. Du pendelst hier. Meine Fresse. Also, wie blöd bin ich nur. So, das erkundet. Du jetzt da rüber. Du gehst da hin. Meine Güte. So. Ihr pendelt da hoch. Scharfschütze. Dahin. Du pendelst auch. Gott, oh Gott. Bäume. Fischerhütte. Meine Güte. So, da einmal. Kommt, gebt mir ein bisschen Holz. Wobei. Wir brauchen viel Holz. Gebt mir viel Holz. Wir brauchen Häuser. Eins, zwei, drei. So, kommt, ressourcen, ressourcen. Abbrechen. Seegemühle, Seegemühle. Gebt mir schnell die Seegemühle. Weißt du, was macht unser Scharfschütze eigentlich hier oben? Leer da nicht so viel zu tun. Gut, dann erstmal mit hier runter. Kommt Arbeiterhütten. Ich brauche... Ich brauche... Ich brauche... Arbeiter, ich brauche einen Zug. Lieber Zug, bitte. Komm so schnell du kannst. Eigentlich da kommt der Zug. 10, 7, 9, 10. Gibt es ein klein wenig Holz? Ach komm. Ja, wollen wir nicht so geizig sein. Dann gönnen wir uns hier mal... ...einen Turm. Und da... So, dann könnt ihr ein bisschen aufrollen. So, dann nehmen wir das Holz noch. So, jetzt will ich den Steinbruch haben. So, jetzt will ich den Steinbruch haben. So, jetzt will ich den Steinbruch haben. Oh, dafür brauchen wir Arbeiter. Scheiße. Ähm... So. Kollege, du gehst hier hoch. Okay, Steinbruch. Okay, Steinbruch. Sollten wir gleich haben. Sobald wir genug Leute... ...also freie Arbeiter bekommen. Dann holen wir uns hier noch eine Fischerhütte. Dann holen wir uns hier noch eine Fischerhütte. Reparator. Einmal da. Einmal da. Und einmal da. Ach, Quatsch. Ach, Quatsch. Ja. Beuf, Quatsch. Fangen wir mal hier hin. Beuf, Quatsch. Die... ...hä. ...hä. Okay, jetzt... So. Bauen wir mal da hin. Die... Tesla-Spule mal da hin. so jetzt haben wir aber genug leute für den stein kassianne 20 steine so gut zelte 1 2 3 4 1 so jetzt lockst du schon mal ein paar leute von hier oben richtung scharfschützer er kann schön schiessen leute passt auf wo ihr hinlauft die letzten mitnehmen kurz pause wir brauchen aktuell nahrung abbrechen fischerhütte so eine mühle mühle können wir auch hier hinsetzen so da 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 noch mal kurz schauen hier oben ist erstmal alles safe gehst du erstmal hier hin und gehst hier runter du gehst mal dahin jetzt kurz pause stein reicht immer noch nicht machen wir da eine tesla spule hin hier einen turm eine tesla dahin eine dahin und ich würde sagen vielleicht eine hier hin und dann können wir so sehen eine kaserne zu bekommen komm mach den dicken weg befestigte befestigte warte warte befestigte 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 blues blues So, hier fehlt es natürlich wieder an Arbeitern, gut, laufen lassen. So, achso, so hoch sind wir hier noch nicht, mal weiter. So, gib mir eine Kaserne, denn die hätten wir gerne. So, Kaserne, wir bauen die mal direkt hier oben hin. So, Nahrungsmitte. 30, 26 und hier passt leider nichts hin. Schade. Dann können wir auch noch eine Jagdhütte hierhin platzieren und eine da. Und wahrscheinlich auch noch eine hier so hin. Gut, du gehst jetzt mal hier runter. Next Tesla Spulen. Hm. Attention, building completed. Attention, building completed. So. Mitten rein. Und auch hier mitten rein. So. Und dann fehlt es schon wieder an Tesla Spulen. Mann, 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 Mann. Mann, Mann, Mann. So, wir wollten hier oben noch eine hin machen. Ach ja, Energie, komm, wobei Energie haben wir, haben wir, naja. Die Train hat nach der Station. Beobachtung, building completed. Zelt 1, 2, 3 1, 2, 3 Und du läufst schön davor Und du gehst da hin Okay, mein Scharfschütze, der wird schon mal hart attackiert Da, 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 da So, was? Hatte eine weitere Kasianne gekostet Pause So, ihr geht erst mal da runter They are trying to break through Their defenses are being attacked Yes, sir, what to kill The colony is under attack They are attacking the colony defenses So, dann Möchte ich not Natürlich hier noch nen Turm wieder haben Du gehst da runter Reparator Einmal da nen Tesla Turm Einmal da Ähm Pause Lagerhalle Könnt ich mir leisten Werde ich mir leisten Hier wahrscheinlich So Ab da runter mit dir Gehst da hin Dann schauen wir mal So Läufst mal schön da runter Schreinerei 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 Zehn Arbeiter Das heisst Wir bauen dann mal wieder ein paar Hütten So Ach ja Und wir sollten mal die Folge beenden Tschüss Ciao Bye bye Bis zum nächsten Mal